Hallo Petri! Ohne Mampf kein Kampf! Heute gibt es Welsfilets mit Bratkartoffeln und einem Eisbergsalat. Und das wird alles natürlich wie immer auf dem Rosinic Gaskocher gekocht. So, das ist schon fast fertig. Das sieht dann so aus. Hier haben wir den Salat, die Welsfilets mit Bratkartoffeln und das alles auf dem Rosinic Gaskocher zubereitet. Perfekt! So sieht das Ganze aus. Es ist fertig. Ich freue mich jetzt auf das schöne, gute Essen. Wie gesagt, wenn ihr mal einen Wels habt oder Forellenfilets, kann man das ganz auf eine einfache Tour machen. Heute gibt es panierter Kammenbeer mit Bratkartoffeln. Dazu einen Salat, der aus Minitomaten und mit verschiedenen Kräutern besteht. Das Ganze brate ich auf meinem Rosinic Gaskocher. Der Tomatensalat wird gewürzt mit Kräutern und zwar Petersilie, Dill, Kresse, Schnittlauch, Sauerampfer, Koriander, Salz, Pfeffer und eine kleine Schalotte. So, das ist schon fast fertig. Der Kammenbeer fängt an auszulaufen. Das ist perfekt. Die Bratkartoffeln sind auch knusprig. Der Salat ist angemacht noch mit Öl und mit Essig. Ja, würde ich sagen, guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.